Die von POLL Immobilien GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Wir sind vertreten in zehn Ländern europaweit und sind dementsprechend auch eines der größten Maklerhäuser Europas. Ich leite gemeinsam mit meiner Mutter, Frau Gabriele Wildeschlag, die Immobilien-Shops von POLL, Wiesbaden und Mainz. Wir sind sowohl für Eigentümer zuständig, die ihre Immobilie veräußern möchten, als auch für Interessenten, die ein neues Zuhause suchen. Ich bin an den Roadside-Screens in Mainz vorbeigefahren und sie sind mir positiv aufgefallen und da wollte ich mich definitiv direkt darüber informieren, weil mich die neuen Marketingmaßnahmen sehr begeistert haben. Wir wurden von sehr vielen Kunden angesprochen, sogar noch Wochen danach und es hat für sehr viel positives Feedback gesorgt. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass der Service von Ströhr einwandfrei professionell abgelaufen ist und wir sehr, sehr zufrieden damit sind. Auf jeden Fall würde ich eine Roadside-Screen-Kampagne mit Ströhr weiterempfehlen, weil es einfach ein super Medium ist, sich positiv im Markt zu präsentieren und die Bekanntheit zu steigern. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020